Heute am 26.11. hat Etienne gerade tiefe Träume, hinter ihm liegt die Helene, oben am Kopfkissen die Eleonore und da die Ivona. Und unter Knurren säugt die Berry wieder ihre mittlerweile neun Wochenalten. Ja, da sind immer noch sehr, sehr wertvolle Inhaltsstoffe in der Milch drin. Ein Hoch auf unsere Berry. Ja, ja. Heute am 26.11. machen wir die große Runde zum ersten Mal. Ja, das dachte ich mir, dass ihnen das gefällt, wo sich die Schafe immer verstecken. Das ist genau das eure, ne? Höhle plus Schafköttel. Oh, du, da stehen schon die Esel und schauen. Na, na, für euch ist das zwar hier nix, gell? Wer hat die denn jetzt wissen wollen, was hier so wuselt? Jetzt gehen wir wieder rein. Schluss mit Ausflug.